Schau jetzt bei Kidi BAM Guuuut Das hast du dir über Leben gekannt, Sebastian Du hast die Verleinung jetzt noch heut hier Das hast du mir gedacht, du gewinnst Nein, ich hab dir gewonnen Ein Geschenk Lukas, machen wir schon Hahahaha Hahahaha Titz Aber Servus Hahahaha Jön ist zurück, was items Projektile deflected Jetzt hast du geschissen Hahahaha Hahahaha Das deflected Projektile Das ist eine Version Er schiesst mich Lettchen Jahr Mit einem Projektile Ja, werde ich wissen oder? Ich hab's dir lieber zweimal davon gesagt Ja und? Ich hör dich nicht zu So Hahahaha Was?! Ne, was? Ich schau mal da Nein Ich bin Laktos Nein, nein, nein Mindest du nicht Jaaaaa Hahahaha 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 Spreit Alex Hahahaha Hahahaha Weg Geil Du kommst doch drei Leute von mir und der stirn auch vielleicht auch Jetzt geh ich da rein, da Ja Ah ja Ist scheiss Paul den Ding getroffen Schau, 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 schau Du bist Zeitlupe und jetzt Amy Hahahaha 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 Ja, naaaaan Nooo 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 Kim Hauser Ja, ein Vogel Hahahaha 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 Ich bin nicht immer weg Hahahaha Hahahaha Baaam Jans, jawoll Typ mit Brillen Hahahaha 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 Was ist das? Nein! Gut. Nein! Ah! Uuuuuh! Weisst du, ob du gestern bist? Nein, nein! Nicht schon wieder! Das ist die falsche Richtung! Nein! 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 Das Platoons! Du meinst? Nein! Wieso kriegt man, wenn man ein Geschenk hinmacht nicht ins Geschenk? Das war die erste Frage! Mein Pokéball! OOOH! Ich bin geschwett! Nein, bitte nicht! Ja, geil! Ja, verzauber mich mit deinen Birnen! Ja! Ganz nett! Ja! Ja! Na! Nicht schon wieder! Da a la Cassandre! Nicht da a la Cassandre! Aaaaah! Brrrr! 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 Ja! Brrrr! 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 Ja! Geil! Nein, nein! Nein, nein! War schon super! Der Experience! Hat schon gefallen! Fix wann um ihre Eltern sprecht du, Alex? 10 April! Ja, gut! Mit deinem Kind soll die Sekretärin! Wir wachsen bei Buben und sie werden weiblich! Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es sei passiert! David! Oh, danke! Ich bin Alex, Mon! Ich bin in die Klasse gekommen! Hoi! Du hast richtig die Tiefelstimme! Nein, Frau Professor! Ich bin jetzt auch Frau! Das kriegst du dafür? Ja! Meine Tiefelstimme! Wie er in der Sprache war! Brrrr! Ich bin ja bei Clash Royale! James Preferent Stage! Lucas, weißt du, wenn ich dir vorgestern geschrieben habe, ich habe einen Tee über meinen Dick geschüttet? Mhm! Selber! Echt! Geil! Wenn der Bart ausfällt! Komma, der verdammt ist! Nein, nein, nein! Gag von mir, du Grausiger! Grausiger Foot, ja! Alter, meine Lieblings-Arena! Ich hoffe, du stirbst du! Los, Bayonetta! Manni, die aus dem meisten! Ich verstehe! Was stehe! Ich verstehe! Aber wie ist das noch irgendwie eine Bindung aus? Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Ich verstehe! Wie das noch irgendwie nicht gut ist! Wem hast du? Ja, Banane! Brutane! Erst einmal explodiert und gibt's nicht mehr eine. Oh, lass das! Oh, lass das! Was geht denn da? Was ist denn der Typ drogen? Wieso socken der, wie die Arena zu sein haben? Kannst du das wiederholen? Wie soll es sein? Wie soll es sein? Wie soll es sein, wie die Arena zu sein? Ah, endlich! A smoke? LOL, alter, die fucking... Das ist die Szene aus The Lion King! Ja, secker! Das ist der arme König von Simba da. Der Vater von Simba, wie heißt er? Captain Tsubasa. Captain Tsubasa. Warte, hast du wirklich so? Hahahaha! 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 Was? Ich bin auch gleich stehgebild! Hahahaha! Ah, nimm meinen Drill da! Hast du gerade in Ordnung von Bulbix gelegt? Hahahaha! 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 Schon ok! Ich war literally hinter ihm! Hahahaha! Ist schon ok, gell? Ok, alle auf dem Penny! Hahahaha! Drei! Penny, das nächste Mal hörst du dich gegen. Alter, der Hero Brian ist da! Was? Warum der Hero, Brian? Ja, siehst du nicht? Oh, Hildred! Wer ist da Mario? Nein, nein, mein Typ hier! Welcher? Wer ist da? Was ist das? Du, ich testbueh Kalle! Wo ist denn mein Typ? Warum bin ich ein Vogel? Das wäre es für dich, Donald! Oh, wo bin ich? Bin ich der Typ? Der hat eine Beschützung! Wieso denn? Wo bin ich? Ich war gerade vergewaltigt Von Hero, Brian! Ja! Ah, ist eine schlimme Sache! Nein, netter Bus! Nein! Was gehört da oben, man? Wieso sind da so viele Bomben? Were ist auch nur der Typ vom Natrix? Der ist so weh! Ist der Bayonetta Typ? Ja, schau mich ein! Ja, ich weiss schon. Oh, Typ Womm. Davor, Womm, habe ich so meinen Lucas gespielt. Ah, der Typ von Matrix ist ein Smash. Geil, jetzt ist der Ult auf mich, und dann schiesst er auch noch einen Blauen auf mich. Kannst du denn so wieder fallen? Ja, ich tue ihn mal wieder fallen. Kim, nein. Die Ein. Oh, wie sollst du denn da haben wir also? Es ist relaxant, ich habe mich genommen. Aber auf, ich behalte jetzt. Ich möchte, du bist einer, dass sich eine Frau noch nahe holt. Ohne Witz. Ich möchte, du stirbst eine Frau. Die Kamera, substieren. Der Bomberman gehört. Absolut nicht, Alter. Das ist mein Sohn, Alter. Schau! Schau! Bomberman, best guy. Zweig! See you! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020